Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Reverse-Engineern mit Gidra. Heute wollen wir uns an eine Level 2 Challenge ranwagen, denn ja, dieses Mal ist es nicht so einfach, weil wir einfach nicht nur den quasi Code direkt auslesen wollen, also die Lösung, sondern wir wollen selbstverständlich hier auch wirklich mal einen Algorithmus knacken. Also wir wollen verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Und das ist ja eigentlich das, was man bei der Malware-Analyse oder bei allem eigentlich auch machen muss. Man muss nicht einfach nur rausfinden, was ist denn hier mein Passwort, sondern man muss natürlich rausfinden, wie so ein Ding intern arbeitet, um es dann auch tatsächlich zu verwenden. So, das heißt quasi Key Generators verstehen ist häufig so das Spielprinzip bei Crack-Mis, aber es geht auch zum Beispiel darum, wie funktioniert eine Verschlüsselung im Hintergrund zum Beispiel oder, oder, oder. Und deswegen wollen wir uns hier jetzt mal diesem Ding hier widmen. Das Ding heißt, am I really random? Und es ist nicht wirklich random, kleiner Spoiler hier. Was ihr braucht, ist natürlich wieder mal runterladen, extrahieren, in Gitra einpflegen. Das habe ich alles schon mal gemacht. Das ist auch klar. Und ja, jetzt gehen wir hier einfach mal die Main rein und, beziehungsweise wir führen das jetzt erstes Mal aus. Also, die Datei heißt Crack-Me-By-Muni1 und wir sehen hier Usage ist Punkt slash Crack-Me-By-Muni1 und dann ein Leerzeichen und Passwort. Und da steht auch noch dabei, es gibt mehrere Lösungswege sozusagen. Wir wollen hier eingehen. Nun, relativ simpel eigentlich, wenn man das so sieht, ja, man könnte hier einfach das Passwort angeben. Problem ist, wenn wir hier durchgehen, das Passwort steht hier nicht direkt drin. Wir sehen hier, you dirty little cheater, rename me back to Crack-Me-By-Muni1. Das heißt, offensichtlich, wenn wir die Datei umbenennen, also erstmal, wenn wir natürlich nur ein Parameter eingeben, dann wird eine Hilfe angezeigt. Das sehen wir hier an der Help-Function, da können wir direkt mal auf Functions gehen und hier Help aufmachen. Das ist quasi genau diese Ausgabe, das heißt, hier steht printf und dann wird hier quasi die Hilfe ausgegeben. Ja, interessiert uns eigentlich nicht wirklich, das heißt, nur wir brauchen zwei Parameter, können wir auch gerne mal machen. Und dann sagen wir jetzt hier einfach mal 111. So, das war nicht das richtige Passwort, steht hier offensichtlich. Und ja, das ist offensichtlich nicht der Fall. Problem ist allerdings, wenn wir hier das Ding wieder zurück benennen, dann steht hier, dass wir es wieder umbenennen sollen. Also, wir sollen es in irgendwas umbenennen, was mindestens 16 Buchstaben enthält, ja. Das sehen wir hier an, hier wird einfach die Länge des, ups, sorry, ähm, ich wollte eigentlich nur einen Klick drauf machen. Die Länge von dem zweiten Parameter wird angezeigt, beziehungsweise von Param 2 wird genommen und wird überprüft. Gut, und dann wird geguckt, ja, wie lange ist denn das Ding eigentlich? Und hier sehen wir, wenn es nicht 16 Buchstaben hat, das ist wieder Hexadezimal. Also, 1,0 in Hexadezimal ist 16 in Dezimal. Wenn es also nicht 16 Buchstaben hat, dann kriegen wir hier einen Fehler. Okay, so, nun, U war 2, wird auf 1 gesetzt. Gut, aber jetzt sind wir mal an, wir haben diese 16 Buchstaben. Naja, gut, was machen wir dann? Das ist ja dieser Else Block hier und der ist ja gerade relevant, denn hier unten wird ja offensichtlich You Cracked Me ausgegeben. Und dann wird eine Flag ausgegeben und diese Flag steht in Local 38 drin. Und da sehen wir jetzt hier schon tatsächlich mehrere Lösungswege. Entweder wir finden das Passwort oder wir finden die Flag. Es gibt also zwei Möglichkeiten hier, das Ding rauszufinden. Ihr könnt rausfinden, was diese Flag berechnet oder ihr könnt rausfinden, was das Passwort ist. Wir wollen jetzt mal ganz kurz das Passwort machen, weil das ist ein bisschen einfacher. Die Flag rausfinden, das dürft ihr gerne zu Hause machen. Oder, was heißt zu Hause, ihr seid sowieso zu Hause, aber ihr könnt das dann für euch machen. Und ja, wir wollen jetzt hier mal ganz kurz rausfinden, okay, was tut das Ding eigentlich hier? Nun, zunächst einmal, Param 2 war ja, also erstmal wird hier Local 59 auf 0 gesetzt und Local 64 auch auf 0. Und das Ding hier macht irgendwas mit Concad 13, Concad 12 und Concad 11. Wenn wir hier draufklicken und wir sehen es auch an der Farbe, die Dinger sind nicht blau, ja. Diese Concad-Dinger sind sozusagen einfach bloß wirklich Assembler-Code. Also das ist tatsächlich jetzt was, wo wir nicht dekompilieren können. Das ist wirklich in Assembler gemacht worden sozusagen und es gibt kein Äquivalent als C-Funktion hier. Können wir nichts dagegen machen, ist einfach so. Concad sagt mir aber so ein bisschen, okay, füge es hintereinander. Wir gucken gleich mal, was genau das tut. Ja, wir können jetzt aber hier auch tatsächlich in dem Assembler-Code einfach das Ding hier markieren quasi. Ich markiere es mal. So, und dann sehen wir hier, was eigentlich hier gerade ausgeführt wird und das ist dann auch relevant für uns. Könnt ihr gerne auch einen Assembler machen, ist allerdings teilweise ein bisschen aufwendiger, schätze ich mal. Okay, so, das heißt, wir haben hier Param 2. Ja gut, das ist ein String, ne? Das ist ja quasi Crack Me by Moony 1. Wobei, es ist nicht ganz Crack Me by Moony 1, denn der Param 2, der ist ja tatsächlich hier, also ihr seht es auch hier, der wird ausgegeben über die Hilfe. Da kann man das auch schon ein bisschen rausfinden. Der Param 2 wird ausgegeben als hier Param 1 genannt. Param 1 und dann Password. So, jetzt gucken wir mal, was hier bei Param 1 uns ausgegeben wurde. Hier steht nicht Crack Me by Moony 1, hier steht Punkt Slash Crack Me by Moony 1. Und das ist wichtig jetzt dieses Mal. Das heißt, also wir haben hier nicht Crack Me by Moony 1 stehen, sondern wir haben Punkt Slash Crack Me by Moony 1, okay? Und ja, davon nehmen wir jetzt das sechste Zeichen. Naja gut, wir wechseln mal kurz hier rüber. Das ist das nullte Zeichen, das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Problem ist natürlich, also wir wären jetzt hier bei dem K. Problem ist natürlich, wir fangen eigentlich hinten an, ja? Ja, wir konkatenieren 0x30 mit dem fünften Zeichen. Das fünfte Zeichen ist eins weiter vorne dran. Das heißt, wir haben, also 0x30, ich mache jetzt hier mal kurz eine Textdatei auf. Also das fünfte Zeichen, ich mache nochmal kurz hier das hier auf. Das fünfte Zeichen ist das C, also machen wir hier einen C rein. Und vorne dran steht 0x30, ja? 0x30, okay. Dann C. Die beiden werden miteinander konkateniert. So, jetzt wissen wir allerdings noch nicht, also mit Concat 11, jetzt wissen wir noch nicht genau, wie dieses Concat 11 funktioniert. Und das ist vielleicht nicht ganz so logisch, was man da jetzt machen muss. Gucken wir nachher. Okay, das nächste ist, wir wollen das zweite Zeichen hier haben. Beziehungsweise eigentlich kann man es hier auch schon tatsächlich sehen. Wobei, nee, wir machen das jetzt einfach mal so weiter. Also wir sagen, das ist das letzte, das ist das vorletzte. Hier kommt dann das zweite Zeichen, also 0, 1, 2. Das ist nochmal ein C, ja? C. Okay, und wir hatten schon das erste Zeichen ausgewertet, das war ein K. So, da steht hier K, C, 0x30 und C. Das zusammen ergibt irgendwie unser Passwort. Jetzt müssen wir mal gucken, was machen eigentlich diese Concats, ja? Und hier werde ich jetzt einfach mal das Ding umbenennen in, wo haben wir es? Rename in Password. Und wir renamen das hier unten, weil das wird ja gerade da ausgegeben. Also hier wird ja gerade auch verglichen, ja? Ja, und wir, also hier wird quasi verglichen, der Param 2 von 1, das ist quasi das Passwort, was wir in der Command Line angeben, also das hier, ja? Und das Passwort, was wir gerade eingegeben haben, das ist ja jetzt das, was wir hier gerade gemacht haben. Das heißt, das ist schon das Passwort, das stimmt schon. So, Local 38 müssen wir nochmal ganz kurz umbenennen in die Flag, damit wir auch wissen, was das ist. So, und jetzt sehen wir hier, okay, die Flag wird hier oben berechnet. Und Local 64, naja gut, das ist quasi einfach eine Zählvariable, die nenne ich jetzt einfach mal Counter. So, und dann sehen wir hier, der Counter geht nach oben und dann gibt es hier eine iVar1, die quasi einfach random wird. Und die berechnet sich dann irgendwie damit. Das heißt, das hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf unser Passwort mehr. Das heißt, das Passwort wird schlicht in dieser Zeile hier berechnet und das war es eigentlich, ja? Wir müssen nur diese Zeile hier komplett verstehen mit diesem, ähm, diesem K, C, 0x30 und C. So, dann wechseln wir jetzt mal hier rüber in unseren wundervollen Assembler-Code. Okay, ähm, und wir sehen hier, wir behalten diese Variabennamen, also das Passwort... Ach, verdammt. Okay, das Passwort bleibt mir hier tatsächlich erhalten. Als Variable. Und hier sehen wir auch, was dann genau passiert. Wir arbeiten hier irgendwie mit den Bytes, ja? Das heißt, was wir zuerst machen, ist dieses, ähm... Ja genau, hier klicken wir nämlich auch mal auf diese Concards drauf. Dann sehen wir hier auch, okay, das Concard 13 ist die unterste Zeile hier, also das ist das da, ja? Während Concard 12 ist weiter oben, während Concard 11 ist sogar noch ein Stückchen weiter oben. Und diese 0x30, die sind da einfach direkt drin verwurschtet. So, dieses Param 2 von 5, wissen wir schon, was das ist, das ist das kleine C. Während wir hier eben diese Concard 11 Situation hier unten haben. Okay, also, was machen wir hier? Wir haben den RBP plus Passwort, das ist quasi mein Base Pointer plus Passwort. Das heißt, wir, ähm, lesen uns das, ähm, die Variable anstelle Passwort aus und fügen irgendwie S var 3 da ein. S var 3, ja gut, ja, was ist das denn? S var 3 finden wir hier gar nicht so direkt. S var 3 ist nämlich hier oben, das ist einfach die Länge sozusagen. Und, ähm, das heißt für uns im Endeffekt... So, und hier ist leider Gitra auch nicht ganz so perfekt, ähm, diese 0x30, die steht hier gar nicht drin, ja? Das geht noch ein bisschen weiter nach oben, wir müssen hier ein bisschen weiter nach oben gucken, sehen hier auch, okay, hier geht es noch ein bisschen weiter, weil Assembler halt nicht so viele Anweisungen in einer Zeile packen kann, okay? Das heißt, wir brauchen hier diese 0x30, ihr seht die aber auch tatsächlich, und zwar direkt hier, ja? Und dann steht hier plötzlich 0x30 Byte Pointer und zwar Passwort plus 0x1, okay? Passwort plus 0x1 heißt so viel wie an die erste, ähm, Char-Stelle schreiben wir das, ja? Ja, so, jetzt steht also an der ersten Char-Stelle 0x30. Ihr wisst allerdings, dass man Buchstaben und Zahlen immer hin und her konvertieren kann und das macht ASCII. Jetzt macht ihr mal folgendes, ihr geht ins Internet und guckt mal, was ein hexadezimales 0x30 als ASCII ist. Das ist richtig, das ist eine 0. Das heißt, unsere 0x30, die wir hier haben, das ist eigentlich gar keine 0x30, sondern eine ASCII 0. So, und ja, jetzt sehen manche vielleicht sogar schon die Lösung, aber ich verrate sie noch nicht. Ähm, das heißt, wir schreiben das an die erste Stelle, also nicht, also an die 0. Stelle plus 1, okay? Quasi ein Byte weiter hinten und jedes einzelne, jeder einzelne Buchstabe in C ist ein Byte lang, also zumindest ein ASCII. Und das bedeutet, unser erster Buchstabe ist irgendwas anderes, unser zweiter Buchstabe ist diese 0, ja? Und unser erster Buchstabe, naja, den finden wir hier unten. Und das ist in S war 3, beziehungsweise es hat was mit S war 3 zu tun, nämlich hier oben sehen wir, dass wir da die fünfte Position auslesen. Deswegen dieses S war 3 plus 0x5, ja? Deswegen, wir suchen hier die fünfte Position, die haben wir uns eigentlich schon rausgesucht. Und die wird an die Stelle Passwort ohne irgendwas drauf addiert geschrieben. So, die nächste Stelle, die zweite Stelle, also quasi 0x2, das was wir auch schon rausgesucht haben, wird an die Stelle 0x2 geschrieben, hinter Passwort. Und an die Stelle 0x3 wird Nummer 6 geschrieben. Das heißt, das ist im Endeffekt zuerst der fünfte Buchstabe, dann ein O oder eine 0, ja? Eine ASCII-0, dann das was an der zweiten Stelle steht und dann das was an der sechsten Stelle steht. So, das bedeutet, wir nehmen das jetzt mal an der zweiten Stelle, nee, an der fünften Stelle stand ein C, also wir hatten es ja quasi gerade andersrum aufgeschrieben, dann die 0, dann wieder ein C und dann ein K. Ha, 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 oder? Naja, es ist relativ witzig, muhaha. Und wenn wir das jetzt hier eingeben, ich kann das Passwort leider nicht laut sagen, sonst ist die Demonetisierung da, dann kommt hier direkt, you cracked me und dann haben wir hier die File tatsächlich auch raus. Wenn ihr die Datei umbenennt, ja, dann ist das bei euch eine andere Lösung. Und das ist das Coole daran, das heißt, wenn ich jetzt die Datei umbenenne, das mache ich jetzt nämlich mal ganz kurz, in, oh, ups, ähm, was nehmen wir denn? In, äh, P, nee, nein, wir machen natürlich ein R hier draus und der Rest kann eigentlich bleiben. So, ähm, dann wird das Passwort ein anderes sein, ja, logischerweise, weil dann ist es nämlich Rock. Wobei ich dann natürlich hier auch die Datei vielleicht anpassen sollte, ich schlaule. Punkt Slash Crack, Crack Me, ja, und dann haben wir es natürlich auch. Also das heißt, das Passwort passt sich dynamisch an, weil es im Internen einen Algorithmus gibt und den haben wir quasi gerade entschlüsselt, ja. Und wir sehen hier, wir müssen teilweise auch tatsächlich vom Dekompilat wieder zurückwechseln auf den Assembler-Code, damit wir hier verstehen, was vorgeht, weil eben nicht alles hier erfasst werden kann. Ist logisch, aber, ähm, ja, ähm, so funktioniert es im Großen und Ganzen. Ist natürlich ein Haufen Übung dabei und es dauert auch sehr, sehr lange. Also man muss da schon ordentlich Gehirnschmalz reinstecken und teilweise natürlich auch einfach ein bisschen Ordnung schaffen. Ihr seht, es hat sehr viel gebracht, dass wir den Counter festgelegt haben und dass wir das Passwort festgelegt haben und dass wir hier unten die Flag festgelegt haben. Denn dann wissen wir direkt, was macht eigentlich was von diesen Variablen und wie können wir damit umgehen. Super, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns natürlich wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.